Guten Abend, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zum Weihnachtsvorspiel der Klassen Tiefes Blät in vorn. Wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm, Ihnen wieder werden Sie auch ein Stück zweimal hören, weil wir natürlich sehr beschränkt sind, auch manchmal, weil gerade in Eckenburg haben wir beide sehr viele junge Schüler und da sind auch ein Stückchen, das gibt es viele verschiedene, wir beginnen mit einer Hohengruppe und die werden uns Schneeflöckchen reißen, hoffentlich helfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 von meinen zwei Großen und sie werden oben fröhnt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Die Normansur sind es von Michael, von Sperger und von Spermstock. Und wir spielen für euch zuerst einmal, was soll das bedeuten? Und als zweites Stück, das heißt sowieso, das zweite Stück, wie ein Kinderling. Musik 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 Wir hören jetzt drei Kärtner, sehr schöne Stücke. Amen. 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 Amen.